Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Steffi oder auch der Willi Crochet. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Egal, ob ihr neu zu mir gefunden habt oder ob ihr mir schon länger folgt. Das hier ist mein kleiner Handarbeitspodcast Sweet Little Things und es ist die Nummer 2 in diesem Jahr. Ja, ich weiß nicht, welche Nummer es im Gesamten ist. Ja, ich wollte es nachgucken, hab's vergessen, ist mir gerade erst eingefallen. Jo, ich weiß nicht, wie lang dieses Video wird. Eigentlich habe ich, glaube ich, nicht so viel zu erzählen. Wobei es war Wollfestival in Berlin, wir lassen uns mal überraschen. Falls ihr irgendwas hier zwischendrin knustern, knuspern, rascheln hört, mein kleiner ist mit mir zu Hause, der ist wieder ziemlich erkältet. Also auch falls ihr es husten hört, aber er hustet eher nachts und wenn er komplett so zur Ruhe kommt. Der ist hier nämlich im Wohnzimmer und beschäftigt sich gerade ein bisschen selbst. Lukas schläft, unser Hund. Ja, also versuchen wir mal das Beste aus der ganzen Situation zu machen und nehmen die heutige Folge auf. So, also, was kann ich euch zeigen? Ich kann euch drei fertige Projekte zeigen, wovon ihr eins schon länger nicht mehr gesehen habt. Dann kann ich euch einen Fortschritt an einem Projekt zeigen, ein neu angeschlagenes oder angehekeltes Projekt, was auf dem Weg der Fertigstellung ist und eine Maschenprobe. Genau. Dann fangen wir mal an mit den Sachen, die fertig sind. Was ihr schon länger nicht mehr gesehen habt, ist der Jordan Head von Lazy Days Design oder Creation von der Mariana. Ist verlinkt in meinen Ravelry Notizen. Das ist ja die gleiche Designerin oder das sind Pattern von der gleichen Designerin, wie die anderen Babymützen, die ich gemacht habe. Hier ist so ein Flechtmuster. Da war ich das letzte Mal hier. Das kam noch hinzu und das ist eine Größe, ich glaube, drei bis sechs Monate. Ja, das ist ein ganz dunkles Grau, nicht Grau, Blau, ein ganz dunkles Blau. Das ist kein Schwarz, sondern so ein richtig tiefes Blau. Und die Wolle kann ich euch jetzt nicht sagen. Ist ein 1-Euro-Kneuel, 40 Gramm vom Woolworth. Habe ich euch schon ein paar Mal in die Kamera erhalten und hat eine Zusammensetzung oder besteht aus einer Baumwolle-Polyacryl-Misch. Gemisch, genau. Die Mütze wird laut Anleitung in Hin und Rückreihen gestrickt, habe ich nicht gemacht. Ich habe das Bündchen offen gestrickt gehabt, in Hin und Rückreihen. Und dann habe ich zwei Maschen abgenommen, also die Randmaschen abgenommen und habe dann zur Runde geschlossen und in der Runde weiter gestrickt. Damit habe ich mir das von ihnen gespart. Ich finde es nicht ganz so ideal bei kleinen Kindern, wenn die dann an einer Seite der Mütze irgendwo so eine komplette durchgängige Naht haben. Wenn die dann doch mal drauf liegen oder so, tut es weh. Und ich finde es auch nicht notwendig. Mützen kann man in der Runde stecken, habe ich ja bei ihren anderen Anleitungen auch schon gemacht, dass ich das abgewandelt habe. Aber nein, für die, die hier vielleicht neu hereinschauen oder schon lange nicht mehr geguckt haben, ich erwarte kein Baby. Es gibt kein Kind mehr bei uns. Wir haben drei Jungs und eine Fellnase. Das reicht vollkommen bei mir. Aber in der Umgebung kündigen sich relativ viele Babys an und auch so ist es ja nicht schlecht, immer mal wieder ein bisschen was für Babys oder Kinder herzustellen, weil die gibt es ja immer im bekannten Verwandten- und Arbeitskreis. Ja, gestrickt habe ich das auf einer Vierer-Nadel aus dem Set von NIT Pro, dem NIT & Sip Set. Ich habe hier gerade auf dem Tisch vor mir geguckt, aber ich habe sie nicht auf den Tisch gelegt, sondern wahrscheinlich irgendwo da hinten hin. Und deshalb kann ich sie euch jetzt nicht zeigen. Ja, ich versuche mal einen Schluck von meinem Kaffee zu trinken, aber ich glaube, der ist zu heiß. Naja, geht. Ich brauche nämlich Kaffee, ist mein erster heute. Ja, ich habe schon fleißig gearbeitet, aber jetzt ist meine Mittagspause und von daher dachte ich mir, nehme ich euch jetzt mal ein Video auf. So, dann habe ich noch zwei weitere Projekte. Genau. Und dann fangen wir mal an mit, ich weiß gar nicht, ob, doch, ich habe hier einen Fortschritt zum Markierer drin, heißt ihr müsst es schon gesehen haben. Das sind die Socken für die Feuerwehrkameradin meines Freundes. Ich habe zwei zur gleichen Zeit gestrickt im Flechtenmuster. Das ist ja das Januarmuster im Tines Sockenclub von Tine, der Kundenbunter Wollerei. Da war ich bei beiden Socken hier. Und sie sind wirklich relativ gleich rausgekommen. Ich habe nicht abgewickelt. Ich habe ab und zu mal mit der Fadenspannung ein bisschen gespielt. Aber die Abschnitte waren auch nicht hundertprozentig gleich gefärbt. Das ist eine Boutinette Sockenwolle aus der Serie Brescia. Und ja, hat Spaß gemacht zu stricken. Ging relativ schnell. Ich habe wieder eine Bumerang-Ferse ohne Wänden reingestrickt. Habe das Muster auf dem Oberfuß fortgeführt. Unten glatt rechts. Dann eine Bändchenspitze mit Abnahmen in jeder zweiten Reihe. Bis ich noch 20 Maschen insgesamt hatte. Da ich ja zu Editedheimen auf einer Rundstrecknadel mit Magic Loop gestrickt habe, weiß das. Zehn auf der oberen, Zehn auf der unteren Nadel. Und habe dann mit dem Three-Needle-Bind-Off geschlossen. Habe alle Fäden vernäht und habe sie auch gewaschen und geblockt. Und dadurch sehen die so schön glatt aus. Das Maschenbild hat sich super gelegt. Und ja, ich bin froh, dass ich die fertig habe. Jetzt kann ich den Marker auch raus machen. Dann kann ich die nämlich mit Banderole versehen. So wie die die letzte Woche fertig waren. Die kann ich auch mit Banderole versehen. Da steht jetzt die Größe drauf. Damit ich das besser zuordnen kann und auch nicht immer gucken muss in meine Ravelry-Aufzeichnung, wenn ich eine Socke suche, nach welcher ich denn genau suchen muss, um die spezielle Größe zu haben. Genau. Dann das nächste Sockenpaar, was ich fertig habe. Da war ich beim letzten Mal hier. Und da kamen noch zehn Runden und die Spitze dran. Das sind die Socken für meine ehemalige Arbeitskollegin. Mit auf dem Oberfuß Perlmuster. Hier Streifen in glatt rechts. Habe ich euch ja alles schon zugesagt. 56 Maschen auf 2,25er Nadeln. Und hier waren es glaube ich 60 Maschen auf 2,25er Nadeln. Oder auch 56. Ich weiß es gerade nicht. Könnt ihr aber in meinen Ravelry-Projektnotizen nachlesen. Das ist eine kostenfreie Anleitung auf Ravelry. Ist auch verlinkt in meinen Projektnotizen. Und das habe ich mir selber zusammengeschustert. Ist wie gesagt ganz einfach ein Rechts-Links-Bündchen. Dann sechs Runden kleines Perlmuster. Dann pro Farbe vier Runden in jeder Farbe glatt rechts. Und dann im Perlmuster runter. Auf dem Oberfuß, Unterfuß glatt rechts. Und Bumerang-Ferser in der Zwischenrunde. Und das Maschenbild hat sich so schön gelegt. Und die Wolle ist so toll aufgeflufft. Das war ja das, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Das ist meine ungefärbte Simply Sock Base. Dass die, wenn man sie verstrickt, noch so ein bisschen krumpelig aussieht. Und ein bisschen sehr dünn. Aber wenn man es dann gewaschen hat, dann flufft das Garn auf. Die Maschen legen sich schön. Und ja, bin ich vollkommen zufrieden mit. Das hier waren alles Reste. Das ist von mir gefärbt. Das ist Tina von mir gefärbt. Hier sieht man auch den Versatz, den Rundenversatz. Aber es ist mir egal. Das ist auch eine Probefärbung. Probefärbung. Ungefärbt Probefärbung. Und das müsste von Netto oder Lidl oder so von irgendjemandem aus so einem Wollkit. Ja, Wollset sein. Wo es immer zwei farbige und zwei unifarbene gibt. Das ist schon länger her. Das ist eine Größe 38, 39. Und das ist eine Größe 39. Das ist eine Mühgröße. Theoretisch praktisch. Ich glaube, ich habe sie mehr oder weniger gleich gestrickt. Weil 38, 39 ist ja eine Größe laut den Tabellen, die man so... Ja, auch die Sockenbretter haben immer Größe 38, 39. Apropos Sockenbretter. Ich habe ja die Aqua Spanner von NetPro bei mir im Shop. Gerade noch ein paar in den Größen S und L. Also 35,5 bis 37,5. Und ich glaube 41 aufwärts. Die Zwischengröße M dazwischen wird oder ist jetzt gerade auf dem Weg zur Packstation. Ich habe bei meinem Großhändler bestellt. Also es werden die Sockenbretter wieder aufgefüllt, die Sockenspanner. Ich... Noch mal ganz kurz. Die Sockenspanner werden aufgefüllt. Und natürlich auch die Nadeln werden aufgefüllt. Ich habe auch Nadel-Taschen bestellt. Ich glaube, die sind aber in der Nachlieferung. Also für Rundstrecknadelspitzen und so. Ein paar neue Motive. Ich habe Magnethaltemappen wieder bestellt. Ja, also es lohnt sich demnächst mal wieder in den Shop zu gucken. Und ich habe auch meine ganzen wundervollen kleinen Nadel-Schoner und Maschenstopper eingepflegt. Da könnt ihr gerne mal gucken. Ich finde sie auch relativ günstig. Ich habe das gut berechnet, habe mich an den Marktpreisen orientiert. Und ja, ich hoffe, ihr findet da etwas Schönes. Genau. Dann kommen wir jetzt... Hör mal bitte auf, so zu knistern. Ja. Ich mache mal kurz für meinen Sohn eine Süßigkeit aufmachen. So, und jetzt ist gut. Okay, Maus? Gut. So. Dann machen wir jetzt hier weiter mit einem Fortschritt, den ich euch zeigen kann. Und zwar habe ich ja... Zwei Sachen, die ich euch zeigen kann. Wartet mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Mir ist nämlich eingefallen, dass ich ja doch noch einen Projektfortschritt habe, glaube ich. Das ist mir der aber komplett durchgegangen ist, weil beide Fortschritte, die ich euch zeigen kann, an meinen Christmas-Anstricken waren. Also vom ersten und vom zweiten Weihnachtsfeiertag. Und das ist beides Weihnachtssockenwolle. Und irgendwie habe ich das in einen Topf geschmissen. Und zwar der Anstrick vom ersten Weihnachtsfeiertag. Da war ich hier. Das ist eine Butinette Sockenwolle Weihnachtszauber, äh Winterzauber, glaube ich. Mit so einem Goldglitzer und einem sehr, sehr langen Farbverlauf. Wie gesagt, da war ich das letzte Mal hier, gerade hinter der Ferse. Und das kam noch hinzu. Sind 56 Maschen, einfach nur Stinus, glatt rechts. Dann ist ein Bündchen, 56 Maschen angeschlagen, eine glatt rechts drüber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich glaube zehn Runden, eins rechts verschränkt, eins links. Dann zehn, zwanzig, dreißig, vierzig Runden glatt rechts für den Schaft. Und jetzt bin ich im, im Fußteil. Genau, dann muss ich jetzt noch nach vorne. Und dann ist die erste Socke bald fertig. Aber wie gesagt, die eilen nicht. Die sollen dieses Jahr vor Weihnachten fertig sein, dass ich sie da anziehen kann. Warte mal ganz kurz. Ganz kurz ein bisschen runtergeholt noch. Die stricke ich einzeln auf 2,5. Es ist reingraviert, aber ich kann es nicht lesen. Mann. 2,25er Adi Novelle Crazy Trio Long. Das sind die geriffelten Nadeln. Genau. Und da stricke ich nacheinander ein. Ich habe mir das Knäuel in zweimal 50 Gramm aufgeteilt. Da hätte ich theoretisch jetzt die zweite auch parallel stricken können oder mit Magic Loop. Aber ich glaube, ich habe keine Magic Loop, also keine lange Nadel gefunden. Dem werde ich jetzt auch entgegentreten. Nein, ich habe mehr als genug Nadeln eigentlich in 2,0, 2,25 und 2,5, um Magic Loop zu machen. Ich müsste sie nur suchen. Aber ich habe bei meinem Großhändler auch einzelne Nadeln mitbestellt aus Holz. Weil ich die mal ausprobieren möchte und gucken möchte, welche Holznadeln als feste Nadeln, damit man das Problem auch mit dem Übergang nicht so hat oder hoffentlich nicht so hat, gibt es denn. Und wie sind die Seile? Welche eignen sich für Magic Loop? Und da werde ich dann, wenn das heute alles angekommen ist, fleißig Socken anschlagen. Das heißt, ihr werdet demnächst wieder mehr Socken sehen und werde das ausprobieren. Und es geht natürlich nicht nur darum, dass man ein festes System hat, um dem Übergang Herr zu werden. Weil es kann ja trotzdem ruckeln, wenn der Übergang schlecht ist. Aber die kleinen Nadeln 2,2,5 und 2,5 sind meistens auch eher schlecht. Ich glaube sogar 2,7,5 und 3,0 sind bei einigen Herstellern überhaupt nicht als Wechselsystem verfügbar. Aber mir fällt gar kein Hersteller ein, der Holznadeln in so kleinen Größen als Wechselsystem hat. Chagoo hat die Metallnadeln in so kleinen Stärken. Die haben aber die kleinen Nadeln, wenn die fest sind, also die dünnen Nadeln, die 2,0 und 2,2,5, Metallnadeln, auf den dickeren Seilen, auf den S-Seilen. Was sehr schade ist, weil die M-Seile sich deutlich besser machen für Magic Loop. Weil die nicht so starr sind. Also meine bevorzugten Nadeln, wenn ich feste Nadeln nehmen müsste, Rundstrecknadeln für Magic Loop bei Socken, wären wirklich die Haier-Haier-Nadeln mit den dünnen, durchsichtigen Seilen. Mit denen funktioniert das super. Und ansonsten schwöre ich ja auf die Wechselsysteme von Chagoo, weil die Nadeln mit den M-Seilen einfach perfekt sind. Das sind so dünne, coole Seile, funktioniert einfach mega. Tja, genau. Oder eben bei den S-Seilen bei Chagoo, wenn man mit einer 2,5er-Strick... Ja, die 2,5er gibt es auch mit S, oder? Ne, gibt es nicht mehr mit S, die gab es mal mit S. Und da hätte ich dann tendiert zu den Spin-Seilen aus der Bambu-Serie. Nehme ich aber auch gerne, wenn ich 8-fach Sockenwolle verstricke. Ich bin gerade nicht drauf gekommen, ich wollte 6-fach sagen, aber ich meinte die 8-fach mit 3er oder 3,2,5er oder 3,5er-Nadeln. Und da nehme ich dann auch die Spin-Seile von den S-Seilen. Die sind so mitdrehende, aber das sind die ganz dünnen Kunststoffseile. Genau. Laber-Rabarber. Genau. Dann haben wir das Projekt. Auch durch Ich-Rase heute glaube ich ziemlich durch, aber das ist ja nicht so tragisch. Die letzte Folge war ja schon wieder über eine Stunde. Und last but not least als Fortschritt, habe ich ja eben schon gesagt, habe ich auch gearbeitet an meinem Cast-On für den zweiten Weihnachtsfeiertag. Den stricke ich ja aus meiner diesjährigen Weihnachtssockenwolle. Das ist Drive Me Home for Christmas, äh Driving Home for Christmas, Entschuldigung. Die Winter Fairy habe ich nicht mehr in Simply Socks für mich hier, weil ich die der lieben Angela, der Mutter von Tine, noch verkauft habe, weil die dann drei Stränge hat und sich damit ein Oberteil machen will. Ich habe aber generell noch einmal mein komplettes Weihnachtsspecial hier auf Soft Sock mit allem Zubehör, mit Tasche und allem. Da bin ich noch am überlegen, was ich mache. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das vielleicht im Rahmen des Devilies Kalt 2024 wäre so, also im Rahmen meines neuen Socken Kaltes verlose. So im Sommer, damit man sich dann Weihnachtssocken stricken kann. Ja, da bedanke ich mich auch bei denen, die bisher schon mitgemacht haben. Bitte nehmt immer den richtigen Hashtag, damit ich das sehe. Ähm, meine oder unsere WhatsApp-Gruppe ist auch wieder richtig toll. Sie ist noch relativ klein, aber gemütlich und wir können uns da sehr gut helfen, was ja doch öfter mal notwendig ist bei den Mustern. Aus dem Leinebuch, 52 Wochen Socken stricken, Volume 2. Kann ich nur empfehlen, hatte ich auch beim letzten Handarbeitstreffen mit und ist da auch auf Begeisterung gestoßen. Also wirklich ein tolles Buch. Ich glaube im März oder April, März, April, Mai, März oder Mai, ein Monat mit M. Da kommt das Buch dann als Taschenbuch raus. Das ist dann deutlich günstiger. Ja. So, und wovon rede ich oder was stricke ich? Ich stricke auf 2,0er-Nadeln von Adi Nobel. Feste Nadeln, also kein Nadelsystem. Macht sich auch ganz gut, auch wenn das mit dem Kabel ein bisschen starrer ist. Das ist aber immer noch nicht so starr wie das von den festen Chagun-Nadeln. Und da stricke ich ein kostenfreies Muster von Ravelry. Es heißt Splash. Von wem kann ich euch jetzt nicht sagen, habe ich euch in der Vergangenheit gesagt und steht auch in meinen Projektnotizen. Das ist ein super Muster für stark musternde Wolle, weil ihr seht, es kommt trotzdem raus mit den Hebemaschen. Es sind nur rechte Maschen und Hebemaschen. Das letzte Mal war ich hier. Das kam noch hinzu und wieder eine Bumerangferse ohne Zwischenrunden. Ich habe hier 64 Maschen, weil das Muster das so wollte. Damit sind sie mir wahrscheinlich zu weit. Also wird sie mein Freund bekommen. Oder jemand anderes mit einer Schuhgröße 41. Also wird, denke ich mal, was zwischen 40 und 42, wenn ich die Spitze dran habe. Ja, stricke ich aus meiner Simpty Sock Base. 75% Schuhwolle, 25% Polyamid. Das ist die gleiche Zusammensetzung. Habe ich vorhin nicht erzählt. Auch bei den anderen beiden Socken, sowohl die Butinette Sockenwolle als auch der Hauptteil aus meiner, aus der hellen Socke sind mit der gleichen Zusammensetzung. Und ja, meine Färbung Driving Home for Christmas. Ich würde sagen, das ist eine sehr typische Weihnachtsfärbung in Rot, Grün und Gold und ein bisschen Schnee dazwischen. So, ich setze hier mal den Marker um und ich sollte den Marker bei der anderen Socke auch umsetzen. Damit ich mir merke, wo ich bin. So, Marker 1 ist umgesetzt. Wohnt in meiner Tasche von Temu. Kleine Weihnachts- oder Wintertasche. Die andere Socke wohnt in der Tasche, die ich letztes Jahr für mich genäht habe. Mit den Rentien, die auf einer Seite auf dem Kopf stehen, weil ich nicht daran gedacht habe, dass ich den Stoff erteilen müsste. Wenn ich ihn komplett richtig rum haben wollen würde. Aber für mich macht das jetzt nicht so einen Unterschied. Ich benutze die Tasche trotzdem gerne. War ja ein Prototyp. Genau. So. Hopps. Hopps, hopps. Pack ich die mal hier rüber. So. Und dann kommen wir zu zwei Sachen. Einem Häkeloberteil und einem gestrickten Oberteil. Beim gestrickten Oberteil gibt es eine Maschenprobe. Beziehungsweise es war eher so ein Pi mal Daumen, weil ich nicht wusste, stricke ich die kleinste Größe oder die zweitkleinste Größe. Sie würden beide so einigermaßen gut passen. Ist also keine richtige Maschenprobe. Ich habe sie auch nicht gewaschen, weil letztendlich kam raus, ich stricke die kleinste Größe. Und gucken wir mal. Aber erst mal mein Häkeloberteil. Und zwar habe ich nach einer Anleitung von MJ Off The Hook Design, das ist ein kostenfreies Videotutorial auf YouTube, habe ich den Granny V-Neck Sweater angefangen. Und ich wollte ihn eigentlich zu meinem Teammeeting gestern anziehen und fertig haben. Habe ich nicht geschafft. Er ist auch jetzt noch nicht fertig, aber ich bin sehr positiv gestimmt, dass ich ihn euch nächste Woche zeigen kann, beziehungsweise ihn nächste Woche anhabe. Und zwar sieht er so aus. Also ich habe hier das V-Neck, ich habe die Ärmel und wie ihr seht, habe ich angefangen, am Körper das Bündchen zu häkeln. Und wenn ich am Körper das Bündchen fertig habe, kommt es noch an die Ärmel. Und auch der Ausschnitt wird noch mit einer Blende, beziehungsweise einem Bündchen eingefasst. Ja, die Wolle ist ein mega, mega schönes, dunkles Lila. Es ist nicht blau, es ist lila. Ich habe auf Instagram auch die Originalfarbe von HobbyE gepostet, also wie das auf deren Website dargestellt wird. Das ist mal eine Farbe, wo sie die Farbe wirklich getroffen haben. Wo das ankommt, was man sich ausgesucht hat. Ja, geht auch anders, werde ich euch auch gleich noch sagen. Und zwar ist es ein 100% Polyacryl-Garn. Daraus wollte ich ja eigentlich den Sophia-Sweater machen, bin aber mit der Häkelanleitung nicht so klar gekommen. Es wurden bei mir immer mehr Maschen statt gleich bleiben. Das ist 100% Polyacryl. 50 Gramm haben 175 Meter und soll verstrickt werden mit einer 4 Millimeter Nadel und verhäkelt mit einer 4 bis 5. Ich habe das Granny-Muster mit einer 5er Nadel gehäkelt, wie in der Anleitung angegeben. Und mache jetzt die Blende, das Bündchen mit einer 4,5er. Ja. Genau. Ich glaube, ich hatte 8 Knäuel davon und ich habe jetzt noch 2 ganze und so ein bisschen. Ich dachte erst, dass mir das vielleicht nicht reicht, damit ich auch die Bündchen machen kann. Aber jetzt reicht mir die Farbe doch. Muss ich nicht anstückeln. Und wenn mir der Körper dann doch noch zu kurz ist. Also eigentlich sollte es hinhauen. So. Es sollte passen. Aber wir gucken mal. Wenn er mir zu kurz ist, ich sollte ja noch was übrig haben von dem Garn, dann mache ich das Bündchen nochmal auf. Auch wenn es gehäkelt gefühlt mehr Arbeit ist, als wenn man es strickt. Dann mache ich das Bündchen am Körper nochmal auf, verlängere und mache nochmal ein neues Bündchen dran. Aber erstmal will ich alle Bündchen dran haben, dann anprobieren. Und dann gucken wir mal weiter. Zum Glück ist ja Aufribbeln bei Gehäkelten nicht so stressig und nervig wie bei Gestrickten, wo man dann die Maschen wieder auffangen muss. Das funktioniert beim Gehäkelten ja deutlich einfacher, weil es nur eine Masche ist. Ja. Und man nicht Gefahr läuft, dass die Maschen bis zum Halsausschnitt fallen. Und das nächste Projekt, das bei mir ansteht, was aber jetzt erstmal keine Prio hat, das soll bis nächsten Herbst fertig werden, ist der Pullover für meinen Freund. Und zwar soll es werden der Hoodie von Hobby. Ich gucke mal, ob ich euch die Anleitung, ich weiß nicht, ob ich sie euch das letzte Mal schon gezeigt habe. Und mein Freund hatte gesagt, er möchte das am liebsten grün haben, relativ dunkel. Und dann habe ich auf die Seite geguckt mit den Garnen, die auch dafür benutzt wurden. Und auf der Hobbyseite sah es einfach, also das grüne Garn sehr, 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 sehr hell aus. Und deshalb hatten wir uns schon entschieden, dass wir eine andere Garnkombination, also die gleiche Garnbase nehmen, die benutzt wurde, aber andere Farbe, andere Farben. Dass wir das Hauptgarn, also das dickere, in einem Anthrazit nehmen und das dünnere in dem, in dem Grün. Ich muss mal ganz kurz, ich muss mal suchen. Ich muss mal suchen. Hm. Warum? 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 Der zeigt mir hier gerade nicht das an, was ich möchte. Das finde ich auch bei Ravelry zurzeit richtig mies, wenn ich Hoodie eingebe. Also so wie die Anleitung auch beschrieben wurde, wie sie heißt und dann auf Suchen drücke und dann kommen irgendwelche Handschuhe, die nicht mal ansatzweise das Wort Hoodie mit im Namen haben. Ne, finde ich jetzt leider nicht. Hab ich die Anleitung da schon runtergeladen? Ne, wartet mal, dann gehen wir mal kurz zu Hobby. Ich weiß mal nicht, wie man das ausspricht, wenn man sagt Hobby oder Hobby. Hoodie. Anleitung. Hoodie. Hoodie. Hoodie Cozy, genau. Und zwar ist das eine Gratisanleitung. So soll so aussehen, wird von unten nach oben gestrickt mit Kapuze und Bauchtasche. Und wenn man sich die Anleitung runterlädt, dann haben die, das finde ich richtig klasse, mehrere Farbkombinationen von der Wolle schon als Proben sozusagen verstrickt und fotografiert, so dass man sich das angucken kann und dadurch, dass die das gemacht haben, haben wir uns dann doch für die grüne Wolle entschieden, die eigentlich sehr hell aussah. Also hier ist nochmal der Hoodie in einer anderen Farbe, in Blau, fand mein Freund dann auch ganz nett. Aber die haben hier, ich ziehe es mal ein bisschen größer, die Farben. Und er hat sich jetzt eben hierfür entschieden, für dieses Grün. Und wenn wir schon hier am Handy sind, dann zeige ich euch gleich mal, wie das Grün, vor allem die Hauptfarbe, bei Hobby auf der Seite aussieht. Also das ist was, wo ich mir denke, das trifft es ja mal gar nicht. Ich kann euch nämlich auch gleich das Original-Kneu zeigen, das kommt dem wirklich sehr nah, was die auf der Anleitungsseite verlinkt haben. Und zwar finde ich, sieht das sehr, sehr hell aus. Ja, hier sieht es natürlich jetzt dunkel aus am PC, aber wenn man sich das im Original anguckt, ist das ungefähr sechs Töne dunkler als das. Aber wir haben es ja dann noch hinbekommen, haben uns für den Grüntöne entschieden, oder die Grüntöne, das sind die beiden Wollen. Und das ist die Maschenprobe mit einer Fünfernadel. Und ich bin jetzt, ich glaube, ich soll 17 Maschen haben auf 10 cm und ich habe 16. Ich habe aber auch, ich stricke etwas lockerer, wenn ich in Hin- und Rückrunden stricke. Und da der Hoodie ja zum größten Teil in Runden gestrickt wird, denke ich, dass ich diese eine Masche auch noch bekomme. Ich könnte auch nicht mehr auf Null Nummer kleiner gehen, weil ich die kleinste für ihn anschlagen werde. Und dann werde ich mal gucken, ob das für, also ob das wirklich passt werde, wenn ich in der Runde ein bisschen gestrickt habe, das nochmal ausmessen. Und zur Not muss ich nochmal ribbeln oder einfach ein paar Maschen mehr zunehmen. Aber mein Freund ist ja auch sehr schlank und nicht sonderlich groß, also er ist ja nur 1,71 Meter oder so. Und da wird das schon hinhauen. Zur Not muss halt geribbelt werden, da muss ich doch eine Nummer größer anschlagen. Genug Garn habe ich und das Garn ist, Achtung, knistert, einmal die Go Handmade Cozy von Hobby. Das ist 60% Baumwolle und 40% Acryl. 50 Gramm haben 100 Meter, also 100 Gramm haben 200 Meter, ist so ein Decay Weight. Und Nadelstärke 4. Wird hier angegeben, aber der Hoodie soll ja nicht so brettig werden, sondern relativ locker. Und das zweite Garn ist ein relativ dünnes, das ist die Soft Bamboo Fine von Handmade. Und das ist eine Zusammensetzung, 70% Bambus, Viskose aus Bambus gewonnen. 23% Baumwolle und 7% Acryl. Und hat eine Lauflänge von 180 Metern auf 50 Gramm. Und die ist richtig schön, die fässt sich, die ist schön glatt und glänzt auch ein bisschen, die ist richtig toll. Und da habe ich mehr als genug Knäuel von. Genau. Und weil die ganzen Knäuel ja nicht alleine reisen konnten, habe ich noch was eingekauft. Aber ich pausiere mal kurz das Video, um es dann neu zu starten. So, und ich habe es mal genutzt und habe mir die Wolle schon mal rausgesucht, die noch mitgewandert ist, noch mitgereist ist. Ich hoffe auch, dass der Ton durchgängig heute in Ordnung ist. Ansonsten brauche ich wahrscheinlich ein neues Mikro. Beim letzten Mal habe ich es auch beim Durchgucken gemerkt, dass ich so einen kleinen Part hatte, obwohl ich das Mikro dran hatte, wo der Ton nicht gleich war. Aber da ich mich trotzdem gut verstanden habe, wahrscheinlich, weil ich eh relativ laut rede und dicht an der Kamera sitze, ging das. Wollte ich auch nicht nochmal neu aufnehmen oder irgendwie mit dem Ton rumspielen. Und ein bisschen später kam der Ton ja auch wieder richtig zurück. Von daher wird schon passen. Früher komplett ohne Mikro hat sich auch niemand beschwert, dass der Ton nicht funktioniert hatte. Es ist eher, wenn das Mikro komplett ausfällt und irgendwie sagt, es nimmt den Ton auf, aber nimmt es dann nicht auf. Und dann will das Handy auch nicht den Ton aufnehmen, weil es hat ja das Mikro bla bla bla. Ja, genau. Also es durften mitreisen drei solcher großen Acrylknäule. Ja, es ist 100% Polywolle, also 100% Polyacryl für eine Nadelstärke, Stricknadel 4 bis 4,5, Häkelnadel 4 bis 5. Mit einer Maschenprobe 19 Maschen auf 27 Reihen. Die Farbe ist die 424 und das sind 400 Gramm mit 1200 Metern. Also 300 Meter auf 100 Gramm, ein Sportweight. Und daraus will ich mir Jacken machen, also Sweater, nicht Sweater, äh Cardigans. Weil da ist es mir auch egal, ob es Poly ist oder nicht. Die kann man schnell mal überschmeißen, die kann man schnell in die Waschmaschine schmeißen. Und, ähm, ja, von daher habe ich die Farbe, diese Farbe, das ist die Farbe, genau die Schrift drüber, 421. Die beiden sind auch so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann hatte ich mir eine Farbe ausgesucht, die eher so laxfarbend sein sollte. Einen schönen Kontrast dadurch zu dieser geben. Und bei mir kam etwas an, ich habe auch die Farbnummern verglichen, das ist wirklich die Farbnummer aus dem Shop, das. Und das ist wirklich nicht das, was ich erwartet habe. Es sah, naja, nicht ganz laxfarbend, aber altrosa, keine Ahnung, aber also ein bisschen mehr orangestichig. Noch etwas orangestichiger oder überhaupt orangestichig. Aber ich werde es trotzdem behalten, deshalb schicke ich jetzt nichts zurück. Das ist die Farbe 419. Weil ich wollte die beiden eigentlich in Streifen verhäkeln oder stricken und dann mit dem die Bündchen machen, absetzen. Aber gut, kann ich immer noch machen. Ist aber nicht so hundertprozentig die Farbe, die ich mir vorgestellt hatte. Von daher, ja. Aber wir werden es überleben. Und die waren so doll runtergesetzt und auch mit dem Bingo-Rabatt dann, den ich hatte, dass ich im Endeffekt zwei bezahlt habe und eins gratis bekommen habe. Und dann durften noch zwei Knäule mitreisen, weil sie reduziert waren und mir gefallen haben. Und zwar Halloween Sockwool, Superwash Sockenwolle, 75% Wolle, 25% Polyamid. Nadel, 3mm. Ja, wie gesagt, ganz normale Zusammensetzung. 420 Meter auf 100 Gramm. Und das ist die Farbe 06. Und noch eine Halloween Sockenwolle, aber diesmal die Universe mit so einem schönen Glitzer. Ich finde den Glitzer so toll, der ist so rosa. Die ist so wunder, wunder, wunderschön. Also da freue ich mich schon drauf. Aus den beiden werden auf jeden Fall Socken. Die hier für mich. Und die Sockenwolle hat eine Zusammensetzung, also ist erstmal die Farbe 1. Und hat eine Zusammensetzung von 74% Wolle, 24% Polyamid und 2% Polyester, was der Glitzerfaden ist. Auch 420 Meter auf 100 Gramm. Und wird auch empfohlen mit einer Nadelstärke 3. Oh, die ist schön. Die ist so hübsch. Da freue ich mich drauf. Mal gucken, vielleicht kommt die im Nadeltest dann auch auf die Nadeln. Genau. Dann, ein bisschen chronologisch, am Freitag letzte Woche war Handarbeitstreffen in Berlin von meiner alten Handarbeitsgruppe. Im Café Alex, am Alex und am Fernsehturm. Joa, war okay. War schön, die anderen beiden, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, wiederzusehen. Aber es war sehr dunkel und es ist doch relativ teuer. Und ich werde da nicht in zweiwöchigen Abständen jedes Mal hingehen. Auf jeden Fall nicht so lange, wie das in dem Café stattfindet, weil es mir einfach zu dunkel, zu unbequem, zu teuer ist. Aber vielleicht einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate. Dafür mache ich bei mir ja meine Handarbeitstreffen auch zu Hause. Es ist schade, dass beim nächsten Mal zwei meiner Stammbesucher, Sabina und Susi, dass die halt nach Berlin fahren zum Handarbeitstreffen. Ich kann es verstehen, es ist dichter dran. Es ist wahrscheinlich auch nach der Arbeit einfacher zu erreichen. Nichtsdestotrotz werden sie hier fehlen, denn nächste Woche Freitag, also am 19.01., mache ich hier wieder mein Handarbeitstreffen ab 15 Uhr. Wer später kann, ist auch späterherzig eingeladen. So gegen 18, 18.30 Uhr werden wir uns wieder Essen liefern lassen. Diesmal wollen wir den nächsten Burgerladen ausprobieren. Also ich habe da schon mal bestellt. Ich finde es da lecker. Auch die Chili Cheese Fries. Und ja, genau, es haben sich schon ein paar angemeldet. Sowohl hier aus meiner Stadt, als auch die, die sonst auch immer vorbeikommen. Es sind aber noch ein paar Plätze frei. Also wer vorbeikommen möchte, der meldet sich einfach kurz. Und dann können wir das nochmal bequatschen. Genau, also nächste Woche Freitag, der erste Handarbeitstreff in diesem Jahr, in 2024, hier bei mir zu Hause. Es ist auch komplett kostenfrei. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Ihr müsst für den Kaffee, Wasser, Cola, keine Ahnung, was ich hier zu trinken habe, nichts bezahlen. Ihr könnt euch auch gerne selber was zu essen oder zu trinken mitbringen. Meistens bringt irgendjemand auch noch ein paar Kekschen mit oder ein paar Gummitierchen oder so. Also wir haben auch immer was zum Snacken hier. Auch ein bisschen Obst meistens, wenn ich daran denke, welches zu kaufen. Da wir hier bei mir zu Hause sind, müssen die Räumlichkeiten auch nicht bezahlt werden. Ihr müsst auch keine Wolle bei mir kaufen oder Nadeln. Ihr könnt das natürlich und könnt das auch gut damit verbinden, das dann abzuholen oder euch das hier vor Ort anzugucken. Ihr müsst dann mir nur Bescheid sagen, dann hole ich es vom Dachboden runter. Ihr müsst dann nicht auf den Dachboden kriechen, der ist auch sehr kalt und dunkel. Ja, für mich einfach die bessere Variante, weil ich direkt nach der Arbeit hier sozusagen starten kann, weil ich freitags häufig im Homeoffice bin. Ich habe hier alles, ich muss nichts extra bezahlen und für das, was ich einmal sozusagen in dem Café Alex für einen Burger und einen Matcha Latte, war beides mega lecker. Also kann man nichts sagen. Preise sind gerechtfertigt. Aber das, was ich da bezahlt habe, von dem Geld kann ich hier zwei, drei Handarbeitstreffen machen und euch die Getränke einfach stellen. Und ich habe Spaß, ich habe keinen Stress und ja. Genau. So, und Samstag war dann das Berliner Wollfestival in den Seeterrassen in Tegel. Location, würde ich sagen, war nicht so hundertprozentig glücklich gewählt, was ich so mitbekommen habe mit den Parkplätzen, das ging. Aber es war überhaupt nicht behindertengerecht oder barrierefrei. Obwohl ich weiß, dass es dort einen Aufzug gibt, aber der war scheinbar nicht im Betrieb. Das hieß die älteren Damen, die man ja bei einem Wollfestival, wenn man der landläufigen Meinung glauben kann, dass nur alte Frauen häkeln und stricken oder Handarbeiten glauben kann, kann man ja nicht wissen mehr. Es geht ja durch alle Altersgruppen. Aber die kamen mit ihren Rollatoren und brauchten immer jemanden, der diese, ich glaube, vier oder fünf Treppenstufen in den Rollator hoch trug und ihnen dann auch half hoch und runter. Ja, ansonsten, es gab einen extra Raum, wo man sitzen konnte. Es gab ein bisschen Catering, also es gab was zu trinken. Es gab Bockwurst mit Brötchen und ein paar angetrocknete Brötchen, belegte Brötchen. Ich war erst mit zwei lieben Bekannten von meinem Stricktreff hier aus Felden, bin ich dort hingefahren mit Julia und Dani und dann sind wir ein bisschen rumgegangen und haben geguckt und war alles ganz schick. Ich habe auch einen Mantel gesehen, der 1.700 Euro verkauft hätte werden können. Der war wunderschön, aber nein. Ich kann euch auch keine Bilder hier einfügen vom Treffen, denn es war verboten zu fotografieren und zu filmen und immer wenn ich mein Handy rausnehmen wollte, war jemand von der Security in der Nähe. Deshalb müsst ihr euch da bei den anderen Podcastern, die da waren und die es geschafft haben, Bilder zu machen, das angucken. Als Dani und Julia dann los wollten, bin ich nochmal zu Tine und ihrer Mama gelaufen, die wir zwischendurch auch dort getroffen hatten und habe gefragt, ob die noch ein bisschen bleiben. Ich meine, ja, sie können mich damit nach Hause nehmen, wo ich dachte, eigentlich war das gar nicht die Frage, aber ja gerne nehme ich an das Angebot. Ich wollte nur nicht alleine da sitzen und dann sind Tine und Julia, haben sich dann abholen lassen von Julias Mann, hatten vorher noch einen Kaffee getrunken und wie ich gesehen habe, noch ein paar Schätze erbeutet. Ich habe mich dann zu Tine und ihrer Mama und dem ganzen Rest gesetzt, zu Jako und Loro und Kiwi und Sandra und Hannah und all die anderen, deren Namen ich nicht kenne. Am Tisch gegenüber saß Nora von Einfach Nora. Ich habe sie jetzt nicht angesprochen, sie war immer beschäftigt und dachte, die muss ich ja nicht ansprechen. Ich selber wurde ein paar Mal angesprochen. Nochmal liebe Grüße an alle, die mich angesprochen haben. An die eine Dame, die mich ein bisschen angeschrien hat, das aber nicht böse meinte, aber ich da etwas verwirrt war. Und auch natürlich an die andere Dame, die mir speziell im Gedächtnis geblieben ist, da weiß ich sogar den Namen, Christine aus Wittenau. Also ganz, ganz liebe Grüße, du hast gesagt, du guckst jede meiner Folge und du guckst mich schon mehr oder weniger von Anfang an. Ich habe Kiwi auch ausgerichtet, die lieben Grüße. Genau. Ja, ich habe Sandra kennengelernt, da hatte ich ja so einen kleinen Fanmoment, also von That Girl Nits. Die finde ich ja toll. Also auch wenn sie dann ihre schwarzen Haare hat und mit dem roten Lippenstift und so ein kleiner Crush. Da hatte ich so einen kleinen Fanmoment und die saß dann auch bei uns am Tisch. Und mit ihr habe ich ein Foto gemacht, das habe ich jetzt aber gerade nicht hier. Wenn ich daran denke, versuche ich es euch einzublenden, ansonsten müsst ihr mal auf Instagram gucken, da habe ich das Foto gepostet. Ja, und dann wahrscheinlich das, was euch am meisten interessiert, meine Einkäufe. Es waren viele Aussteller da, viele auch, die ich nicht kannte. Ich habe erfahren, dass die Wollnerin aus Berlin-Schöneberg, wo auch die Elfenwolle damals ihre Kammzüge immer über sie verkauft hat, im Laden, dass die zum Mai, ab 1. Mai dicht hat, dass die noch jemand sucht, der ihren Laden übernimmt. Ja, aber ich habe nur einen gekauft bei Rohrspatz und Wollmeise und zwar die Nobody is Perfect Stränge und da habe ich zweimal einen Knoten, also zwei Stränge mit Knoten, einmal mit drei Knoten und einmal mit zwei Knoten von der Twin. Das ist 80% Wolle und 20% Polyamid, eben Nobody is Perfect, Tant Grön, Tant Brun, auch Tant Gredelin. Merino Superwash, handgefärbt 150 Gramm. Mit einer Länge von 311 Metern auf 100 Gramm. Ja. Und das sind die beiden. Das ist braun, grün, lila. Davon habe ich zwei und dann wollte ich eigentlich drei von einer Farbe, um mir eine Häkeljacke zu machen. Gab es aber nicht. Es gab immer nur zwei von jedem Farbton irgendwie und dann dachte ich mir, okay, dann machen wir halt einen kleinen Fade. Und dann habe ich mir die geholt. Eigentlich gar nicht meine Farben, aber ich glaube, das steht mir ganz gut. Und das sind Wollmeise Pures, 100% Wolle mit 350 Metern auf 100 Gramm. Und da habe ich einmal Wilder Mond, dann auf dem roten Teppich und es sollen alles Färbefehler, glaube ich, sein. Und Baba Yaga. Heißt, das sind Sachen, wo vielleicht mal ein bisschen zu viel Pigment ist oder zu wenig Pigment oder wo die Farben etwas mehr ineinander gelaufen sind. Also alles Stränge, die so nicht hundertprozentig dem entsprechen, was normalerweise von der Farbe im Shop ist. Genau. Das war es dann eigentlich auch schon. Ich überlege jetzt mit den Strängen eben mir einen Mantel zu machen. Ich weiß noch nicht, ob gestrickt oder gehäkelt. Und bei gehäkelt überlege ich ja so ein Granny Cardigan zu machen. Entweder wie hier, nur mit dem Granny Stitch oder wirklich aus Grannys, aus Granny Squares und die dann aneinander häkeln. Und ich möchte auch eine lange Kapuze haben, also so ein bisschen angelehnt an den Mantel, den wir dort gesehen hatten. Ich muss immer mal kurz auf die Uhr gucken, damit ich im Auge behalte, wann meine Pause vorbei ist. Ja. Das war es dann auch erstmal. Ich habe nicht mehr zu sagen. Also es werden demnächst einige Socken angeschlagen, weil ich die Nadeln ausprobieren will, die hoffentlich jetzt demnächst in der Packstation landen. Dann gibt es ein neues Shop-Update, was ich aber jetzt nicht groß verkünden werde, weil ich nur die Nadeln auffülle und so ein bisschen Zubehör dazu packe. Die Maschenstopper sind alle drin. Es sind, glaube ich, 83 verschiedene Sorten und auch Needlehagger. Das sind kleine, wie so achten sehen die aus, aus Silikon, die man auch auf die Nadelspitzen schieben kann. Die sind deutlich günstiger, davon gibt es immer sechs im Set. Und von den Maschenstoppern, auch wenn auf den Bildern teilweise nur einer abgebildet ist, es ist immer ein Set aus zwei Maschenstoppern. Und wenn ihr eine andere Konstellation wollt, wenn ihr, sagen wir mal, nicht zwei Wasserbüffel haben möchtet, sondern ein Wasserbüffel und eine Katze, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Dann kann ich auch gucken, was ich da möglich machen kann, dass ich die Sets vielleicht ein bisschen auseinanderreiße und die als einzelnen Maschenstopper einstelle. Genau, das war es dann von mir. Wie gesagt, es sind ganz viele neue Socken geplant. Es waren noch zwei Paar für meine ehemalige Arbeitskollegin. Dann Socken für mich, Socken für meine Geschenkekiste, der Pullover für meinen Freund und weiterarbeiten an dem, was ich so habe. Aber ich habe ja noch ein paar andere Projekte, meine Jacke, mein Harvest Cardigan, den Zweig, meine Häkeldecke und so. Habe ich ja noch genug auf den Nadeln. Da wird es mir schon nicht langweilig. Und ich werde einiges Neues anschlagen. Ich habe Bock auf neue Sachen. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche gesund und munter wieder. Lasst die Nadeln klappern. Bis bald. Ciao.